Einfacher, irgendwo hinzukommen. Wie gesagt, Sackgassen mögen sie eigentlich überhaupt nicht. Ich stelle noch fix ein paar Leute ein. Allzu groß Bänke vandaliert, sehe ich jetzt ja auch noch nicht so. Also da scheinen sich ganz gut im Griff zu haben. Mal schnell noch ein paar Mechaniker einstellen hier, obwohl die eh jetzt nicht wirklich viel zu tun haben, aber trotzdem, es gab ja einige neue Attraktionen und da muss natürlich auch entsprechend Wartungspersonal dann da sein. Man könnte jetzt natürlich auch noch die Sackgasse auflösen, indem man das irgendwie hier mit rüber baut. Wie ist die Brücke da, die dann da drüber führt? So, jetzt sind aber wirklich die Sackgassen aufgelöst. Wer sich jetzt noch verläuft, der ist doof, sage ich mal so. Okay. Aber hier auch kaum Bänke, ne? Was ist denn hier los? So, okay. Wenn ich das Fenster zumache, das habe ich jetzt hier weg, achso, da habe ich mir wahrscheinlich irgendwo gerade einen Mülleimer hingebaut. Wenn ich das Fenster zumache, dann geht er nicht wieder zurück in den Auto, in den Modus, wo man alles sieht, ne? Also das haben sie irgendwie ein bisschen dubios programmiert. Ja, natürlich wieder speichern und den Toilettensound gehört. So, ich muss aber jetzt, jetzt haben wir Juni, ich muss jetzt zwingend eine Werbungkampagne machen. Ich weiß sonst nicht, ob man das sonst, äh... Ob das dann sonst noch reicht hier, wenn man sonst, sonst hätte ich gedacht, wir brauchen erstmal die Stromschnellen fertig und machen dann eine Werbung. Aber, ja, das könnte vielleicht knapp werden. Werbe Kampagne für hier nochmal, ob das die neue Werbung... So. Und natürlich durch die neuen Wege, das hat auch den Vorteil, dass jetzt die Leute sich ein bisschen mehr verteilen und dann kann keiner mehr rumholen von wegen hier, äh... Ist mir zu überfüllt, oder beziehungsweise die Leute, die werden dann entspannter. Ich will, ich will nach Hause, was will ich nach Hause? Also, aktuell keine Beschwerden, dass irgendwas zu teuer wäre, bloß hier oben ein paar Leute, die irgendwo zu viel anstehen. Na gut, okay. Oder zu lange anstehen halt. Na, was war das Park Ziel? 1400, ne? Genau. Na ja, da müssen jetzt noch ein paar Leute reinkommen. 90 Stück, um genau zu sein. Und jetzt bauen wir mal hier unseren... Dingens. Unseren super tollen... Das können wir eigentlich auch wieder hauptsächlich indoor bauen. Wird ja nichts dagegen sprechen. Wir haben ja... Hier wäre ja noch so ein bisschen Platz, glaube ich. Ja, genau, hier in dem Bereich. Hier hätte man natürlich auch gleich den Weg hier zum einen Ausgang, auch wenn das hier runter geht. Ah, das kriegen wir schon hin, ne? Würde ich sagen... Welche Höhe hat denn der Weg? Das könnte man auch irgendwo einstellen, ne? Höhe 19. So, jetzt kann man jetzt auf dem Gelände auch anzeigen. Machen wir mal hier einfach, würde ich sagen. Oh, da qualitiert das mit dem... Oder auch nicht. Und dann einfach hier auch... Ach, da können wir einfach die Kurve drumherum bauen. Ja, zack, dann passt das doch. Ne, da habe ich nichts gesagt. Oder man baut es dann irgendwie hier so rechts rein, wenn das eine Kurve werden soll. So, der Start kommt hier. Und dann geht es erstmal schön runter. Und dann geht es erstmal schön runter. Bevor es hier in den Tunnel geht, damit es dann unterirdisch ist, damit die Leute dann sagen, ach ja, damit kann ich im Regen fahren. Wie gesagt, 40% der Attraktion, wenn die unterirdisch ist, dann zählt es als... Unterirdische Bahn, dann fahren die Leute auch mit, wenn es regnet. Hier gibt es dann auch so unterirdische Wasserfälle. Oh, da ist jetzt ein Fußweg im Weg. Ja, die Besucher sagen, der Eintrittspreis wäre wieder günstig. Aber ich sage, ihr kennt mich ja, nein, es wird keine Preiserhöhung geben. Aktuell die 40 Mark, die eingestellt sind. Das sind noch ausreichend. Und jetzt haben wir den Park mit dem höchsten Besuchswert. Yes, wieder mal eine Auszeichnung. Jawohl, aber die beste Auszeichnung wäre immer noch die mit den besten Sanitäranlagen. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, hier gibt es eine Wasserfalleskalation. Stromschnellen, Whirlpool. Das geht ja schön mehrfach hier einmal rum, wie gesagt, um... Da kommt noch ein kleiner Huckel hier runter. Der hier anschließend wieder hochführt. Achso, jetzt ist hier die Kante im Weg. Könnten da schon 40% sein? Ich weiß es nicht. Ach, boah, dann rät's hier raus wieder. Wenn's keine 40% sind, dann sind's halt keine 40%. Zum Beispiel würde das gern... Na gut, das lässt sich jetzt wahrscheinlich hier beim Hochbau nicht verhindern. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier so einen kleinen Bogen machen. Ach, da kann ja nochmal ein Filter, da kann ja nochmal ein... Ne, Wasserfall nicht. Ein Stromschnellel kann da ruhig nochmal kommen. Hier geht's jetzt rum und dann... Bin ich auf der Höhe oder bin ich eins daneben? Ich bin eins daneben, aber es macht nix. Kommt dann halt so eine Kurve rein. So, das ist jetzt die Bahn. Sieht so aus, als würde die hier von hier direkt hier geradeaus durchgehen. Aber nee, hier unten gibt's noch so ein bisschen Indoor-Spaß. So, wie hießen eigentlich die anderen Bahnen, die wir gebaut haben? Höllenbefahrung, okay. Der Eingang war hier hinten. Oh nee, warte mal. Stopp, da nicht. Wir nehmen den, dann habe ich nämlich hier genau die Lücke. Um das Ding da reinzubauen. So, Eingang ausgehauen. Land muss erst erhöht werden. Achso, ah, ich verstehe. Ich glaube, das muss noch eins weiter runter. Ist der Eingang von der... Wirklich so? Das ist doch eins zu niedrig hier. Das sieht ja komisch aus. Guck mal, hier ist das doch hier hoch. Ist mir das wirklich jetzt erst das erste Mal aufgefallen? Dass es hier vom Layout gar nicht passt. Komisch verdrehte Holzachterbahn. So, jetzt müssen wir den Spaß hier irgendwie... ...irgendwie anbinden. Idealerweise hier. Kann ich hier was abziehen? Ja. Ja, guck mal hier. Die Dingsbahn, die kommt aber an, ne? Bloß der Abstand passt nicht so richtig. Land muss erst erhöht werden, um da draus zu kommen. Stimmt, das sieht natürlich hier so ein bisschen doof aus, aber... ...das ist jetzt halt die... ...ähm... ...Millenbefragung, dann ist das halt hier die... ...underground rafting. So. Dreht mich. Da müssen wir jetzt mal noch den Abstand anpassen. Die fahren 2 Minuten 4 und es sind 10 Wagen. Das sind dann 20,4 Sekunden. Also so. Genau. Oh, jetzt gibt's keine Achterbahn mehr. Okay. Alle Achterbahn erforscht. Und es regnet. Los, das ist die Chance. Hier mal wieder schön Regenschirme abzugreifen. Wo hab ich überhaupt meinen Regenschirm stände? Da ist einer. Der hat bloß Hüte, ne? Das ist ein Luftballonstand. Da hab ich wirklich bloß einen. Ein Infostand hier irgendwo. Denke, hier gibt's ja bloß Hüte. Hä, das kann doch aber gar nicht sein. Das muss erörtert werden. Doch, Information 1, Information 2. Aber bloß zwei Infostände. Also, der eine ist hier hinten. Der andere ist hier. Das ist mir eigentlich zu wenig, wenn die Leute hier bei Regen ordentlich abgezockt werden sollen. Das heißt, ich stelle hier noch nochmal einen rein. Zack. Kauft euch die preiswerten Regenschirme für 20 Mark. Das ist ein echtes Schnäppchen. Nur heute hier im Park gültig. So, warum liegt hier hinten so viel Kotze rum? Können wir es mal in der Leckräume bitte? Das sieht ja furchtbar aus. Vielleicht müsse die Kotze durch den Regen weggespült werden. Das wäre gut.